herzlich willkommen zurück leute neues ründchen ttt2 heute mit dabei gibt die der ich dabei man kennt ihn ja mindestens hier besondere dabei ganz besonderes ich bin echt ich bin auf jeden fall alle mal leise ich möchte uns nicht mehr hören das ist jetzt eine soloshow hier ist ein bild von john mcconnery ach so häng ich fest ich habe hier was aber auch was das klang nicht nach retten doch doch das war aber gerettet wir haben einen barnacle herrschoss ja wo war der ich hab den gar nicht gesehen dann ist maru doch böse oder ich bin claire wagen an den karten der show you barnacles waren nicht hier war bei manhacks jetzt überhaupt noch aua ja nur random da wird geschossen da wollte er den cocktail nicht bezahlen oh restless let's go achso er wird zurückkommen ist der jetzt die night gipi ist ein schneemann geworden ich glaube der kommt immer wieder ich glaube der kommt immer wieder weil er eingefroren ist das ist natürlich und wir wissen immer nicht was er macht der arme guck aber gipi wird mir noch als lebend angezeigt das verstört mich der war ja nicht konfirmen können wo ist er hin oder ist er einfach am spawn wir fällt mir ein zeich wo bist du gib mir ein zeich ich würde sie bitten das auszumachen wenn immer mehr geister überall es ist ein geist ein demon ein spirit brutal ein spirit ok es ist oh guck mal hier liegt ne leiche die unkonfirmen wird aber das ist spirit guck mal da liegt ne leiche und dann höre ich das nur explodieren ich wollte da noch ein headshot geben aber ich habe nicht getroffen weil er sich weg da schießt er vor meinen augen mein partner wissen wir das was der bekannt menschenhassen achso was ne das war was relativ simple also das ist ein inno natürlich werwolf da steht es müsste doch auch stehen oder ob er hatte die jetzt du bist immer traitor ich ich war also ich habe items gehört ich weiß nicht ich war äh ich war auf jeden fall pirate und sobald du stirbst der ist der ist neutral möchtest du die 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 also bei dir war ich wieder ne ich habe alles überleg drei besondere rollen haben wir noch neben mir hier drei besondere rollen haben wir noch neben mir hier let's go drei besondere also sehe ich bin ich einer was bin ich einer bei mir nicht pinball wir haben ein minigame wir haben ein minigame was für ein minigame was passiert jetzt irgendjemand ist blind taub mit round wird es ein minigame geben stand da test test hallo was bist du denn was bin ich denn ich bin dein freund und helfer ist mein bodyguard ist das ein boom buddy oh gott ich kann sein dass ich jetzt derbe Leute confirmt mich wenn im tresor oder belebt mich wieder wenn ihr hier seid das ist ja lustig nein ich habe einen traitor gefunden bis einer heute aber items was heißt wir haben inos ich hoffe nicht dass einer von uns heulen muss das heißt wir haben die los guck mal wir machen feuer items das heißt wir werden auf jeden fall eine andere böse runde noch haben sonst wäre er ja nicht schwarze 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 nicht die strahlen kreuz leider nicht die strahlen nur die schwerter sind macheten aber schwarze ja ja da hat nicht geklappt naja da hat noch einen du hast nicht geklappt oder kein tee er ist erst pirat das wird wohl nix lass katze unter und ich hab selbst vertrag und ich bin schon weiberecht ich bin ihr freund ich bin ihr freund hast du dir auch den ausweis zeigen lassen bist du sicher ihr freund und helfer ist das jetzt eigentlich passiert dass Grenz getötet gefunden wurde von Dalu also Grenz wurde von einer shotgun erschossen das habe ich gerade noch gesehen in der Leiche also von Dalu okay nein ich hatte erst genau ich hatte Angst dass es ein BoomBuddy ist wollte ich auch BlueBuddy nehmen ja gut ja okay aber du kannst ja auch erst mal einen angeschossen haben und dann einfach den BoomBuddy auf das Ding hey ich glaube ich habe den BoomBuddy gefunden ja gut das ist schön da auch was hast du denn geworfen erinnert ne smoke on the water ich bin mir nicht also hier ist auf jeden Fall ne Leiche aber ich glaube nicht dass ich das überlebe wenn ich die confirm irgendjemand triggerts immer das ist bestimmt vollständig auch Items ich werde das ich bringe den in den Tresor die Sproberange das ist Rappenhaus Maxi Rappenhaus oh das ist hinter mir Oberrang bei Grenz oh ja da war Dalu gerade oh hallo oh nein ich glaube iTunes hat die Leiche confirmed ähm warte mal Moment was ist hier Moment Dalu bist du böse? was ist hier passiert? Dalu ist ein Bösewicht der hat jemanden getötet guck rein du bist eingeseift ich bekomme einen Vertrag wieder und dann nimm mal die Leiche da an ne würde ich mich sicher nicht doch Dalu hat den hat getötet ja ich glaube Juli hat ich verstehe EINGESEIFT EINGESEIFT wo bist du denn hier Alter ich mach dich fertig EINGESEIFT EINGESEIFT hehehe es ist noch ganz schön viel ein Toad er lebt ihn noch? hei wir beide im 101 wo bist du denn? oh ich habe einen Deagle ok crack grenade ok wow ist er nach links gekommen hei scheiße war es ein Orbital Dalu oder? ich hatte ein Orbital in der Hand aber der geht hier nicht da geht man raus mit Juli ja kein Ding ich bin auch schon exklusiviert ich bring das nein Moment ist ein Bein da lagen auf einmal Juli und Items damit da keiner drauf geht Juli kommt rein oh was geht mir und in dem Moment drück ich drauf sorry beide Thesen ach so ja der ist ja immer noch an der ist ja immer noch an aber wir haben zwei Juli oder Maru einer ist fake dann ist Maru der fake dann ist Maru der fake wir müssen Juli erschießen ist fake ich wusste Maru ist ein Faker wir sind alles beide fake nein ich bin mir nicht für Faker nein ich bin mir nicht für Faker äh devis oh nein hat weh getan hey du könnt ihr uns beide erschießen wir sollten glaube ich alle alle einfach töten oder wir töten uns gegenseitig und hat einer noch eine Chance ja ich möchte aber dass Juli mich geschützt das Kunran hier Kunran ähm Maru Maru ist es Maru ist böse alles klar war zum Glück survivalist sorry Hallo Juli Maru ist draußen tötet Maru der tut Maru ist böse Maru ist der böse Sex doch er hat den Shot gar nicht nicht ich würde mich nicht töten wenn ich du wäre warum jetzt sind wir noch draußen weil ich krass bin man danke restless nein was denn ich bin transzendent ich komm ich komm ich weiß nicht ob du was machst Juli machen Juli das ist nicht korrekt du bist mit einem Schaf im Flur unterwegs das ist das Gegenteil von zur Hilfe eilen Gipi das ist die Schaf durch den Flur nein ist der restless Mann ich bin nur abhängiger Bauer Gipi ist es oh das ist Gipi töten oh mein Gott das ist zu schnell aber ein Aimer Kundran ist fort oder er ist von uns ich weiß nicht was Kundran für ein Auto fährt Fain wen jagst du äh ich glaub ich weiß es noch nicht so ganz ja Gipi ist es geil ich hab ja eine Waffe hab ich gehört aber Kundran hat noch geredet bedeutet Kundran lebt noch Kundran ist draußen ich hab ein Diffie wenn ich sterbe äh er ist doch Gipi hä hier ist noch einer RIP oh nein Gipi ist auch böse Paine auch hä ne ja du stehst rücken an zu Kundran ja weil du auf mich geschossen hast ich hab den Chat geöffnet äh darf man jetzt stehen bleiben weil ich weiß auch nicht ob er der letzte ne Grants lebt auch noch dann geh ich mal weg das ist glaub ich fairer für Kundran jetzt darf ich ich bin zurück Bitches warst du Spectrum? bin es immer noch ich weiß noch nicht warum Grants mich getötet hat aber ich werds irgendwann rausfinden oh das ist ein Lemonade Launcher den will ich ähm ich komme um zu helfen ich weiß wo Kundran das letzte Mal war da geh ich hin ähm will ich ne Leiche die tot ist das ist ein Toder Gipi das ist ein Toder Maru hä das ist ein Pain hab ich ihn jetzt getötet? ja yes der kommt aber wieder ne ich würde an ihm an seiner Leiche campen wenn ich du wäre ich weiß nicht ob wir den Restlet abcampen ich warte bis er ne Waffe hat ok also du hast sie ich sehs durch die Wand hast du wieder deine warum siehst du mich denn jetzt durch die Wand? ich hab die Waffe durch die Wand gesehen das ist nicht böse gewesen ach ach antwort er hat keine HP mehr das hat fast weh aber ich muss auf dich schießen war jetzt ein Pain böse oder lieb ist? Moment das weiß ich halt zum Beispiel jetzt sag nicht du bist lieb ich bin lieb doch klar ich bin Spectre das ist ja wohl äh das ist ja das ist ja achso Moment dann kann dich ja Dings töten einfach und dann töte ich ihn und dann kommst du wieder ja ja ich wollte eigentlich GP oder so wieder beleben aber ich hab im Moment gefordert ey ich hab nicht das war so verwirrend alle aufeinander geschossen Elastin tötet der Detektiv draußen die Innos ey also die Restless wusste man ja bis dahin nicht aber bei der Defekt wow der Defekt danke genau so viel Sprenges habe ich dich geschützt oh ne ähm GP oh ja warum hast du dir dein Studium eigentlich auf Wish bestellt damals als Detektiv schon überhaupt nicht doch klar du hast ja nicht mal Detektiv richtig geschrieben bei dir oben ne ich glaube du hast es falsch bei dir geschrieben und der ist der ist ich bin mir da relativ sicher dass ich lieb bin und was machen wir jetzt tu nicht so ich hab ich hab zwei Credits und ich werd mir von einem einfach eine P90 kaufen und dann bin ich selbst so hallo guten Tag der wurde kein Medium haus hallo hallo so was hab ich da gesehen ne Fias ich hab ne P90 ich hab mit meinem Credits gekauft in meinem Detektiv Shop okay es tut mir leid ich hab die Waffe weggeworfen hallo du bist so schnell mein Anke ja Gippi schießt auf mich ich würde das im Detektiv machen mein Anke ist process ja klar du bist doch für mich der Böse Dürftest du das Problem mit du bist doch für mich der Böse ich weiß aber er weiß es nicht älter der Böse mein Anke ist process hä wir können uns nicht gegenseitig töten wir müssen die anderen überzeugen wer von uns der Böse ist ja gut das wusste ich nicht hab auf dem Bett rum gehüpselt du bist ja der Defektiv ich wüsste eigentlich ein Experiment mit dir veranstalteten warum schieße ich auf dich ne 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 das ist das haben wir am Anfang ja auch so gemacht das haben wir am Anfang ja auch so gemacht was willst du denn ach so aber ich müsste dafür nicht tot finden ach so und mich dann wieder ach so ne das Problem bis gleich nicht wiederbeleben Ich komm doch dann wieder, oder? Ja, da bist du zwar Pharao aber ohne Ankh, deswegen ist der Porteklinie am Start. Welche Rolle hast du denn? Ich seh das. Oh, hier ist ein Baby nach mir geschleudert worden. Was ist mit dem Ankh passiert? Die Linie war doch von rechts oder links. Ich bin die erste Rolle, die ich finde. Könnte Dalu gewesen sein. Also ich bin Survivalist. Also bin ich wirklich... Im Tresor ist auch schon einer tot und wiederbelebt worden. Adams hat gerade eine Miene gelegt, das hab ich gesehen. Du kamst gerade von oben. Ich kam von oben. Vorsicht, Adams hat deine Miene hingelegt. Ich hab schon beide meine Sachen. Oh, du hast mir angenehmt. Juli kann mir jetzt ein bisschen kaputt hauen, zack. Was? Ja, okay. Da muss weglaufen. Leute vertraut. Wenn man jemanden auf frecher Zeit habt, ja weglaufen muss man. Alter, Jusi. Die Miene sind aber auch schon ewig. Da kam eine Leiche von oben runtergefahren. Ich wollte das lustig machen. Du die bei der Grabräuber. Was, echt? Die war böse? Das heißt, sie kann nicht die Miene gelegt haben. Nee, die Miene war von Gippie. Die hat er direkt von der Nase gelegt. Es ist Gippie, der Gippie die Tänke. Ja. Ja, sie bringt auch die Miene. Aber dadurch, dass sie von Gippie ist, kann ich mir nichts tun. Ich hab's entschärft. Die ist unten. Ich bin possessed. Ich bin possessed. Ach, ich seh's so gut. Er schreit auch noch. Ja, ich schieß einfach. Ja, ich schieß einfach. Du auch sein können. Nee, ich kann ja rüberlaufen. Du hast ihn, du hast ihn. Ist das irgendwie noch explodiert oder so? Damit haben wir auch den Death of Star. Moment, dann ist Maxi. Maro oder Contran. Maro oder Contran. Maro oder Contran. Contran hat gerade eben den Defekt, das ist Maro. Pass auf. Oder Pain. Nein. Nee, ich hab Juli getötet. Du kannst immer noch eine andere böse Rolle sein. Ja, aber erstmal wissen wir, ein Traitor ist auf jeden Fall Maro. Dann tören wir den jetzt. Oh Gott, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Du bist gerade vor der Nase gelaufen. Es gibt auf jeden Fall noch einen Jekyll. Also von dem her. Ich bin ja da und Contran ist der Jekyll. Pain is restless. Nein, bin ich nicht. Pain ist der Pharao. Richtig. Aber das Ding war im Cloud. Wer hat's geklaut? Juli, dich getötet hat. Kunran, ich würde dich jederzeit verteidigen, aber das sieht nicht gut aus. Das ist einfach schlecht. Also noch Kunran töten. Okay, wir müssen viele Leute töten, Items. Ich sterbe gleich, soweit ich um die Ecke lauf. Ich muss mir nur irgendeine Shot. Kunran, ich bin hinter dir. Nice. Ich wollte eine faire Chance geben. Oh, sorry. Mein einer, der Kollege schießt mir vorne in den Rücken. Der andere so, ich verspossess mich. What the fuck is so egal? Was macht ihr? Was? Wenn wir was sagen wollen, dann sagen wir, dass ich nicht mehr mitspielen soll. Ich dachte, wir müssen halt durch die Welt raus spielen. Es sind Dinge passiert. Nee, ich wusste es ja nicht darum. Ja, ist alles fein, ist alles fein. Julie hängt mir wieder ein Baby an. Oh Mann, nee. Ich wollte eigentlich jemand anders possessen. Hab ich gemerkt. Ja. Plötzlich schieß ich einfach auf das Magazin. Aber Julie, wenn du jemanden falsch possess hast, hörst du nicht einfach auf? Eintritt gezahlt, Eintritt wird wahrgenommen. Wenn ich den filmlich sehen wollte, jetzt feuere ich Edward an. Ich wollte dann Spaß haben, ja. Sie hat ja auch bezahlt dafür. So ist Tanz für mich. Hallo Sir. Hallo Kunran. Was? Ich hab hier angeschubst. Maru, was denn? Er hat auf mich mal irgendwas gefeuert. Wir Flieger vom Kravier. Links jetzt in den großen Raum. Was in dem Hauptraum? Äh, Items Deck. Der Dein für der Maxi, wenn er sich umgedreht hat. Items, weil er an der Bar steht. Ihr beide müsstet auf jeden Fall einen gesehen haben. Einer von der Freien. Einer von der Freien. Dich hab ich nur gesehen. Vom Klavier. Dann könntest du dich umgedreht haben. Einfach. Ja. Und dann war er noch in dem Raum eben. Ich kam auch von draußen. Warum ist das so grün? Achso, weil er den Prop gefärbt hat. Es leuchtet grün. Warum leuchtet es? Weil es grün leuchtet. Genau meine Farbe. Da hab ich dich mitbekommen. Das ist eine feine Farbe. Ja. Ich mag auch grün. Grün ist fein, ne? Was ist das? War da hinten gerade ein Papier? Ja, beim Klavier fliegt er gerade rum. Hinterm Dete fliegt er her. Oh Nefias, was geht? Hä, was? Ich wollte gerade sagen, hat jemand den... Ich glaube, Juli hat gerade hinter dir geschafft. Komm gerade. Nein. Dalo hat ihn halt geholfen. Dann hätte ich dir doch schon... Wurde ich gerade angestreift? Wurde ich nicht. Oh, was ist denn sein? Heilige! Du hast ein Brain-Parasit? Hey! Ja, scheiße. Und unten im Ressort oder Pain kam hier gerade. GIPP ist auch noch böse. Nein, nein, nein. Stopp, 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 stopp. Okay. Ich hab ein AP. Nee, du oder Pain kannst auch sein. Die haben den Brain-Parasiten an Items verheftet. Wer liegt denn hier? Cheat. Was hat GIPP hier gemacht? Ist der neu gespawnt? Ja. Hey, ist Restless. Ah! Entschuldigung, Maru. Ey! Brent hat sehr viel Leben und schießt auf Leute. Dann schießt er nicht mehr auf Leute. Ja, voll Pain. Äh, GIPP. Der Thrall. Ich muss dich auch noch einmal erschießen. Dass du mich angeschossen hast. Oh, jetzt sind wir ein Papierflieger unterwegs. Kam aus der Wäschekammer. Das war ein Viermann, aber gut. Viermann? Ich hab dich einmal erschossen. Wer ist jetzt böse? Maru, ne? GIPP zwei. Wir brauchen noch, wir brauchen noch einen Mesmerizer. Oh Gott. Also ich hab einen Traitor erschossen. Und dann hab ich... Ja, ich hab einen Traitor erschossen. Ich hab einen Traitor erschossen. Ja, ich hab einen Traitor erschossen. Ich hab einen Traitor erschossen. Ja gut, dann kann ich einen Traitor erschießen. Ja. Das ist auch der Papierflieger. Entschuldigung. Ich guck ab, vielleicht... Nein, ich muss dich jetzt dafür abstichen. Ich dachte erst, du läufst mit mir oder runter. Aber irgendwie liefst du weg. Ah, ich bin gut. Mir hatte keine Waffe anscheinend. Ähm, Cranson, was war das? Nee, mir wurde auch nicht die Möglichkeit gegeben. Was denn? Cranson war es doch auch rot. Ne, ich war ein Pirat erst und dann wurde ich irgendwie rot gemacht. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like. Da schaut am Anfang mal. Wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Matsko, bis dann. Ciao. Ciao.